Dass dieser Passat CC mit intelligenten Scheinwerfern ausgestattet ist, sieht der Fahrer schon beim Start. Wir sehen hier ein Abbiegelicht, das bei Kurvenfahrten einen zusätzlichen Scheinwerfer einschaltet. Das ist ein Reflektor, der mit 55 Watt den Bereich seitlich der Fahrbahn ausleuchtet. Bei eingeschlagenem Lenkrad oder gesetztem Blinker wird das Licht automatisch zugeschaltet. An Kreuzungen sieht der Fahrer so Passanten wesentlich schneller. Das Unfallrisiko sinkt. Entwickelt hat diese Volkswagen-Technik Martin Friese. Und die intelligenten Scheinwerfer können noch mehr. Zum Beispiel gucken die Scheinwerfer, wohin das Auto fährt. Und so funktioniert das. Anhand der Fahrzeuggeschwindigkeit und des Lenkwinkels wird der Kurvenverlauf berechnet, auf dem sich das Fahrzeug bewegt. Und über die Bordelektronik wird dann automatisch der Winkel berechnet, um den sich dann dieser Scheinwerfer bewegen muss, um die Fahrbahn optimal auszuleuchten. Aber auch beim Geradeausfahren denkt das Auto mit. Wir sehen hier ein Landstraßenlicht, das speziell jetzt den Seitenbereich links neben der Fahrbahn mehr ausleuchtet. Wir sehen hier ein Autobahnlicht, das speziell auf Autobahnfahrten ab 110 kmh den Bereich vor dem Fahrzeug mit einer höheren Reichweite ausleuchtet. Das schafft mehr Durchblick. Der Kunde hat durch dieses System eine an seine Fahrsituation angepasste Lichtverteilung auf der Autobahn, weit schauend in die Kurve hineinschauend, die immer genau zu der Situation passt, in der er sich gerade bewegt. Hinzu kommt eine wirklich beeindruckende Show, jedes Mal, wenn das Auto gestartet wird.